Ich war in einer Doku mal zu sehen. Was war das für eine Doku? Die Stiftskirche wurde zum Weihnachtsgottesdienst gefilmt. War das, weil du dich während des Weihnachtsgottesdienstes mit einem Kreuz auf der Bühne befriedigt hast? Oh, Leute, ey. Trink bitte Wein, meine Kinder. Ich weiß gar nicht, gibt es bei den Evangelien Priester oder sind das dann Pfarrer? Esst vom Brot, meine Kinder, denn es ist mein Leib. Trink die Milch, meine Kinder. Milch? Ja. Und dann kommt die Mayonnaise. Oh, hallo. Worüber reden wir gerade? Ich habe die letzten zwei Sätze nicht mehr gehört. Ich will es nicht wissen.